Lass mich haben, du betest mir deine Seele an. Dafür musst du es heim zurückbringen. Wie lange hast du noch? Ein Jahr. Lass den sofort aus einem Deal raus. Ich hab einen Boss, wie jeder andere auch. Wer hat den Vertrag? Das kann ich dir nicht sagen. Es gibt einen neuen ehrgeizigen Anführer und der mag dich nicht besonders. Er will keine Konkurrenz. Ihr Name ist Lilith. Ich weiß über deinen Deal Bescheid. Wer hat dir davon erzählt? Der Dämon, der ihn hat. Sie hat meinen auch. Sie? Ihr Name ist Lilith. Das ist also Ruby, ja? Sie ist ein Dämon, Sam. Sie möchten uns tot sehen, wir möchten Sie tot sehen. Mit welcher Klinge kann man einen Dämon töten? Gestern hätte ich noch gesagt, sowas gibt's gar nicht. So viel ich weiß, hatte der Gelbäugige Großes mit dir vor. Du bist ja auch was Besonderes. Mit deinen übernatürlichen Wahrnehmungen. Nein, solche Sachen laufen bei mir nicht mehr. Schwarze Hunde sind sehende Höllenhunde. Dämonische Pitbulls. Es gibt keinen Weg, mich vor der Hölle zu retten, oder? Nein. Ich will nicht sterben. Ich will nicht in die Hölle. Irgendwie werden wir dich retten.